Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ja, Bitcoin crasht etwas nach unten. Wir haben unsere Zielmarke jetzt erst einmal erreicht. Wir sprechen ja seit Tagen über diese Marke von 22.000 US-Dollar. Wir sind ziemlich genau auf unseren Uptrend gebaunt. Wir haben die grüne Box erst einmal erreicht bei 22.000 US-Dollar. Alles schön und gut. Erst einmal noch keine Panikmache. Wir haben die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, dass dieses Szenario deutlich wahrscheinlicher ist, als dass wir jetzt nochmal nach oben hin brechen, nachdem wir das Golden Pocket nicht durchbrochen haben. Jetzt ist es endlich eingetreten und jetzt können wir uns auf, sag ich mal, neue Setups einstellen. Wie es weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr Bock habt auf Updates oder Trade-Signale. Kommt da gerne rein. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, halten wir uns jetzt auch nicht zu lange auf. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 22.380 US-Dollar. Wir haben eine schöne Abverkaufscandle reinbekommen. Wir sind nochmal ganz kurz gestern in den Bereich der 23.500 US-Dollar vorgestoßen. Das war der Bereich, wo gestern an einem Livestream versucht wurde, zumindest ein kleines Aufbau nach oben hin zu bekommen. Retest ist dann aus diesem kleinen Downtrend, den wir hier gestern eingezeichnet haben, sorry, ich bin hier auf dem Binance-Chart unterwegs, ist dann gescheitert und wir sind gnadenlos nach unten hin durchgefallen. Auf Twitter kursieren schon wieder Gerüchte, dass es eher ein Spot-Verkauf war und dadurch halt im Endeffekt die ganzen Longs, wo wir da drüben drüber gesprochen haben, die hier im Endeffekt ihre Positionen aufgebaut haben, beziehungsweise ihre Stop-Losses reingelegt haben, jetzt erstmal wrecked worden sind und dadurch auch diese Abverkaufscandle zustande gekommen ist. Ganz ehrlich, ich halte es für sehr wahrscheinlich, weil das war einfach der Grund, warum wir gesagt haben, okay, Stop-Loss überall jetzt erstmal Entry ein bisschen abwarten, jetzt keine neuen Positionen mehr aufmachen. Und wir sind bereits zweimal an unserem Golden Pocket rejected worden. Das war einmal hier oben der Fall, bei den 24.600 US-Dollar, erstes Mal Golden Pocket gehittet, Abverkaufswelle, dann dieser langsame steinige Weg zweimal ins Golden Pocket. Wir haben es nicht drüber geschafft mit einem Stunden-Close, beziehungsweise nicht mal mit einem 4-Stunden-Close. Heißt für uns, bearisches Zeichen, zweimal das Golden Pocket gehittet, zweimal rejected. Nicht wirklich schön, ich hätte mir zwar nochmal gewünscht, dass wir nochmal hier hochkommen, das wäre dann mein Short-Entry gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben, dafür haben wir eben zweimal die Long-Position einmal von hier unten mitgenommen und einmal aus diesem Bereich hier unten 22.700 US-Dollar. Also ganz ehrlich, ob wir jetzt den Long oder den Short mitnehmen, ist eigentlich wurscht, klar. Der Short wäre nochmal geiler gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Trading ist immer, sag ich mal, auch mal ein bisschen Risiken abschätzen. Schöner wäre es gewesen, nochmal hoch. Aber gut, wie gesagt, man kann nicht alles haben. So, daraufhin ging es jetzt erstmal nach unten. Das war natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Endeffekt die dritte Abverkaufswelle jetzt erstmal mal gesehen haben. Das war immer noch so dieser Unsicherheitsfaktor, was ich aber auch immer wieder gesagt habe. Bitte aufpassen noch ein bisschen. Ich bin noch nicht wirklich davon überzeugt, dass wir sofort Richtung 26.000 US-Dollar hochgehen. Besser wäre es eben, wie gesagt, diesen Abtrend nochmal zu testen. Diesen haben wir jetzt getestet. Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film hier bei Binance an. Da sehen wir auch perfekter Hit. Kein Close drunter. Kritisch wird es meines Erachtens erst, wenn wir die 21.777 mit einem Daily-Close durchbrechen. Dann ist der Abtrend gefährdet. Dann sieht es wirklich bearish aus. Momentan ist alles noch in Gange. Wir haben jetzt erstmal die Bearish-Tay-Vergions noch ein bisschen weiter nach unten hingedrückt oder ein bisschen weiter aufgelöst. RSI hat abgekühlt auf den Daily auf 43. Also wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal kurzfristig wieder deutliches Aufwärtspotenzial, solange wir eben hier nicht unter diesen 21.777 US-Dollar schließen. So, dann geht es in die kleineren Timeframes. Also wie gesagt, 4 Stunden Chart. Wir machen jetzt hier mal das Golden Pocket weg. Wir haben eine starke Abverkaufswelle reinbekommen. Wir haben die Ineffizienzen geschlossen, die Voids geschlossen. Wir haben einen perfekten Bounce hier in diese Region eben reinbekommen, wo unser letzter Pump hier war. Wobei ich immer noch ein bisschen davon überzeugt bin, es kann nochmal eine Etappe tiefer gehen. Dafür nochmal ganz kurz der Blick in den 1-Stunden-Timeframe. Wir schauen uns das Volumen an. Wir haben uns diese Volumenkern geholt. Wir haben aber hier unten noch so einen kleinen Bereich, der eben bei den 21.600 US-Dollar liegt, der noch im Bereich des Möglichen ist, wo ich mir vorstellen kann, dass wir hier eben nochmal runterkommen. Das ist einerseits hier diese grüne Box und die darunter auch. Das heißt, nächste Long-Position wird sehr wahrscheinlich so sein, dass wir uns erstmal jetzt abwarten. Dieser WIG bei den 21.997. Sollte meines Erachtens nach nochmal geholt werden, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer gehen. Dann Entry Richtung 21.882 US-Dollar. Stop-Loss bei 21.300 US-Dollar, weil das wäre so ein bisschen die Zone, wo es dann wirklich kritisch werden würde für, sage ich mal, neue Long-Positionen. Aber das ist jetzt so momentan der Fahrplan hier. Und dann, sage ich mal, noch zumindest ein Re-Entry, um die Ineffizienz hier nach oben hinzufüllen, bis 23.259 US-Dollar. Vom Risk her, schauen wir uns das auch mal ganz kurz an, wären zwar 3%. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier bis zu 6% wiederum in Plus zu sein. Also das heißt, vom Risk ist es absolut okay meines Erachtens nach. Aber wie gesagt, momentan an dieser Stelle würde ich noch keine neue Long-Position eröffnen. Wir hatten diesen Impuls nach unten, der unten auch noch so einen kleinen Schatten hinterlegt hat. Deswegen wäre es sinnvoll, meines Erachtens nach nochmal hier runterzukommen. Einfach diese Bewegung bis 21.884 rum nochmal mitzunehmen. Dann hier unten den Entry in dieser 1-Stunden-Demand-Zone, in dieser 4-Stunden-Demand-Zone und nochmal in Richtung Abtrend einfach zu bestätigen. Und dann zumindest das Leg-Up nach oben in die Ineffizienz bis 23.200 US-Dollar zu füllen. Wir schauen es nochmal ganz kurz an oder checken es nochmal auch hier mit dem Golden Pocket gegen. Schauen wir es mal ganz kurz an. Da seht ihr auch, okay, perfekt, hier oben liegt das Golden Pocket. Und hier oben wird es dann einfach wieder entscheidend sein. Kommen wir über das Golden Pocket, dann bin ich erstmal auf bullischer Seite, dass es wieder Richtung 26k gehen sollte. Gehen wir da oben wieder von der Rejection aus. Das heißt, wir werden hier oben wieder zurückgewiesen. Ganz ehrlich, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, dass die 18, 19k noch einmal kommen. Natürlich sollte man das Ganze nicht überbewerten. Wir haben auch noch dieses ganze Silvergate-Ding, was jetzt wieder ein bisschen, man kann eigentlich nicht fatz sagen, weil es die Wahrheit ist, dass die hier vor der Insolvenz stehen. Dass das den ganzen Markt nochmal ein bisschen in Ungnade fallen lässt. Aber andererseits, die News waren gestern schon vorher drin eingepreist, bevor es hier runterging. Also warten wir einfach mal ab. Für mich einfach hier Long-Liquidität oder die ganzen Longs liquidiert, die hier wurden. Das war jetzt einfach der Move, der war vorhersehbar. Beziehungsweise haben wir öfters darüber einfach gesprochen, dass die Möglichkeit sehr bestünde. Aber das Wichtigste ist, Abtrend besteht noch. Wir haben unsere grüne Box erreicht, die 22k. Das ist wichtig. Und solange einfach dieser Bereich hält, müssen wir uns hier nicht um 18, 19k Gedanken machen. Ansonsten Chance, sobald wir hier wieder über die 23.240 US-Dollar gehen, sehr, sehr groß die Chance, dass wir einfach nochmal Richtung 26,6 beziehungsweise 30k gehen. Also momentan, es hat sich wenig geändert. Klar, dieser Abverkauf oder Crash, je nachdem wie man es nennen möchte, war jetzt erstmal ein bisschen heftig heute Nacht. Aber gut, wie gesagt, eine Long-Position läuft noch. Also erstmal wenig, sag mal, um was wir uns hier Gedanken machen müssen. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz Ethereum an. Hier hat zum Beispiel dieser kurzfristige Abtrend auch nicht gehalten. Machen wir das jetzt erstmal weg. Die Long-Position, die wir bei 1586 oder 1588 ist Wurst aufgemacht haben, wurde erstmal getroffen. Das heißt, hier erstmal keine neue Position offen. Da haben wir gestern im Livestream darüber gesprochen, okay, die erste Zone wäre hier unten dieser Bereich zwischen 1549 und 1543. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es so schnell geht. Aber gut, sonst wäre es hier eigentlich perfekter Long-Entry. Aber ihr wisst, ich bin kein Limit-Order-Fan. Alles, was jetzt über Nacht passiert ist, kann man nicht mehr ändern. Aber auch hier bin ich der Meinung, es ist noch die Möglichkeit, dass wir nochmal ein bisschen tiefer gehen. Wir haben hier drüben noch so ein kleines Void in diesem Bereich zwischen 1523 und 1533. Aufgrund der Liquidität, die jetzt hier auch noch, sag ich mal, vorhanden ist, würde ich jetzt erstmal abwegig machen, wie tief es jetzt hier nochmal geht. Entweder suchen wir uns einen Entry bei 1544 oder bei 1522 mit einem doppelten Boden. Gleiches Ziel ist dann die Ineffizienz. Und dieser ehemalige Abtrend, den wir hier gebildet haben, wir checken das ganz kurz wieder mit dem FIP-Level nach momentanen Stand. Wie gesagt, das muss dann wiederum ein bisschen angepasst werden. Sollten wir tiefere Kurse sehen. Passt es aber sehr gut, Ineffizienz bis 1613 US-Dollar zu füllen. Also das heißt, wir haben hier kurzfristig wieder einige Chancen vom Risk-Verhältnis. Sollten wir hier unten reingehen. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Wo ist das Preisspanne? Schauen wir uns ganz kurz an. Wären es 1,74 Prozent. Absolut human, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Und dann nach oben hin haben wir aber da wieder ein Potenzial, auch wieder von 4 bis 5 Prozent. Je nachdem, ob wir ins Golden Pocket kommen oder vorher schon Profite einsacken. So, das sind jetzt erstmal so ein bisschen die zwei Setups, die ich mir jetzt die nächsten Stunden auf jeden Fall vorstellen könnte. Es ist nicht so dramatisch, wie es den Anschein macht. Wenn wir jetzt mal sehen, die ganze Bewegung auch bei Ethereum. Kein Volumen hier nach oben. Wir sind am Golden Pocket rejected worden, am 0786er. Das war jetzt einfach die dritte Abverkaufswelle, die prophezeit wurde, beziehungsweise die wir immer wieder besprochen haben. Und jetzt ist ein kompletter Reset erst einmal gemacht worden. Abtrend hält weiterhin bei BTC. Das ist wichtig. Und kurzfristig müssen wir uns eben über diese zwei Zonen Gedanken machen. Aber das sind jetzt erst einmal die zwei Long-Szenarien, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Das Wichtigste ist, diesen Bereich hier drüben haben wir damals schon gefüllt. Wir haben jetzt nur noch diese kleine Ineffizienz bei 1.523. Das heißt, zwei Long-Möglichkeiten, die wir jetzt heute im Laufe des Tages in Angriff nehmen könnten, sollte sich der Kurs darunter bewegen. Und dann schauen wir einfach mal ganz gechillt weiter. Ansonsten der ganze Kryptomarkt deutlich rot. Viel Liquidation, aber ganz ehrlich, wir warten jetzt erst einmal ab. Der Markt war eher short gerichtet. Wir haben gestern im Livestream drüber gesprochen. Polkadot, nichts Bullisches. Cardano, auch nichts Bullisches. Da haben wir aber auch drüber gesprochen. Okay, Golden Pocket, deutlich, deutlich wahrscheinlicher. Wir sind nochmal sogar drunter gefallen, haben uns die blaue Box hier unten geholt. Auch mit sehr, sehr viel Volumen. Also hier kommen jetzt immer mehr Chancen, die ich eigentlich jetzt nicht so schnell gedacht hätte. Aber es kommt so langsam ein bisschen mehr, ja, ein bisschen wieder mehr Spaß rein, kann man schon so ganz ehrlich sagen. Das heißt, auch Cardano, den Wick hier unten bei 0.3215 im Auge behalten. Und dann schauen wir mal, wie die Gegenreaktion ausfällt. Aber ihr seht, wir kommen jetzt in Gefilde rein, wo es wieder deutlich mehr Setups geben kann. Auch bei den Altcoins momentan. Schauen wir uns das am heutigen Tag mal an. Kommen wir noch ganz kurz zu den News. Binance verbrennt 8,85 Milliarden Terra. Lohnet Classic. Token Terra steigt davon um 4%. Keine Ahnung, ich habe das wirklich nur minimal. Bin ich hier investiert? Wen es interessiert, schaut doch gerne bei CryptoGuru vorbei. Dann würde ich sagen, was das für das heutige Bitcoin und Ethereum Update Video. Später kommt dann noch ein XRP Update Video und zwei Analysen bei CryptoGuru. Schaut da gerne vorbei. Und natürlich auf den zweiten Kanal kommen noch die Stream-Highlights heute online. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende für Setups. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Ich denke, da wird es einiges mehr folgen die nächsten Stunden oder die nächsten Tage. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay crypto. Und wie immer. Vielen Dank.